moin leute und herzlich willkommen zurück auf meine kanal danke dass ihr angestellt habt und heute spielen wir canon exiles weiter und zwar habe ich mir überlegt dass wir jetzt weil wir im letzten video die base halt erweitert haben aber wir haben noch keine mauer dafür und ich weiß nicht ob diese mauer hier vielleicht würde die auch funktionieren ich weiß nicht wir schalten sie einfach mal frei ansonsten habe ich gedacht dass wir uns nun seien machen für dann können wir den ein typ den wir da am strand gesehen haben festnehmen mit dem seil und davor brauchen wir natürlich auch noch so ein teil wo der dann reingesteckt wird und davor müssen wir auf jeden fall suppe machen oder sowas suppe aber wie machen wir suppe das ist die frage der fragen und war diese leiche die immer hier liegt warum muss sie mal hier liegen ja wie wir die suppe machen weiß ich noch nicht aber ich denke das finden wir dann heraus mit sowas hier glaube ich mal nicht aber ich weiß auch gar nicht was das sie sich jetzt sein soll wir können jetzt erstmal die mauer hier bauen mal sehen ob das sich überhaupt lohnt deswegen brauchen wir noch mal stein so zack eine truhe steine ist schon mal leer bisschen holz und zack bauen wir die mauer machen wir zwei stück erstmal gehen schon mal nach oben am besten so die erste mauer ist fertig aber natürlich kann man die hier nichts bauen oder wird nur da unten wird okay man kann die irgendwie nur unten spawnen was go mega leck und raste da aus alles klar okay aber ach so die wieso kann man die nicht hier ansetzen irgendwie das sieht irgendwie voll bekloppt aus jetzt dann nee dann tun wir die erstmal wieder weg weil das hat ja keinen sinn nein ich will an die holzkiste vielleicht achso das ist das ist die holzkiste ja gut okay so irgendwie ist jetzt alles für klein geworden hä ne hier ist hier ja wow wegen der leiche kann ich das nicht da rein tun wow geil okay okay wir das da rein das auch so wenn wir nochmal gucken was wir da überhaupt für brauchen ich würde sagen erstmal das seil freischalten wo war denn das wo war denn das da hier mit dem finger freischalten freischalten so haben wir das jetzt hier unten drinnen gleich ja dann will ich das erstmal freischalten und das seil ach dazu brauchen wir nur züren äh haben wir noch das können wir gleich einmal herstellen für 220 holz 210 ooooh Eisen ja scheiße leck mich am Arsch unser Eisenproblem nimmt langsam überhand das kann doch nicht wahr sein ja das ist natürlich jetzt äh ein Problem für sich ok Pflanzenfaser und äh Leder haben wir noch hier drinnen also hier drinnen ne haben wir gar nicht mehr oder was ah dann müssen wir das auch noch machen ok dann äh sollen wir uns Leder mitnehmen also Tierhaut meine ich ah guck mal hier haben wir noch was drinnen aber dann obwohl ne das lohnt sich nicht nehmen wir einfach dies und noch ein paar äh ähm ein bisschen besen 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 so jetzt haben wir das und das seil haben wir ne nochmal herstellen sonst haben wir auf jeden fall ich weiß nicht ob man nur das eine seil hat und dann ist es weg aber hier wird ziemlich problematisch meine freunde es ist äh es kotzt mich schon wieder an und eisen kriegen wir nur in der scheiß äh ja da drinnen in der map da hinten versteht ihr das das 100 eisen ey boah das gibts doch nicht wie soll ich denn da überleben können wir können auf jeden fall jetzt nochmal versuchen dahin zu gehen aber es wird nicht besser sein nehmen wir uns ein bisschen Fleisch mit zack zack kommt da das Fleisch an dann brauche ich auf jeden fall noch ein Schild und dann kann es auch losgehen äh ne ein Schild hatte ich nicht mehr ein Schild das hier können wir eh noch nicht bauen weil uns das Eisen natürlich wieder fehlt und hier fehlt uns Holz das haben wir damit erledigt äh Schild herstellen bitte ist das fertig? ne noch nicht ganz kann wohl noch eine Weile dauern aber wir finden ich finde da einfach kein Eisen also ich habe es schon gefunden ich habe es gesehen aber da konnte ich nicht hingehen das ist halt das große Problem und da sind ganz viele Spinnen und die Betäumeine und so weiter und so fort und da hilft auch kein Schild und Hyänen und Hyänen gibt es da natürlich auch und alles Mögliche deswegen ist es halt scheiße gemacht irgendwie brauchen wir auf jeden Fall Eisen ohne Eisen können wir nicht weitermachen wohl die Zukunft besteht aus Eisen die Zukunft besteht aus Eisen so ist das Schild jetzt fertig? yes gut zack 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 Tür zu so jetzt nochmal kurz die Wasserfläche ausführen so wie lang gehen wir dann am besten aber wir können auch probieren hier so am Wasser lang bis zur Brücke und dann da irgendwie so lang mal sehen mal sehen wie weit wir kommen einen Bogen haben wir natürlich auch mit einen Bogen haben wir natürlich auch mit ich würde ich gehe lieber schwimmen sicher sicher ist sicher aber was cool wäre ein Rucksack voller Eisen dann könnte ich Eisen Rüstung machen und so weiter und so fort das ist einfach das Beste so springen wir hier wieder rüber okay Ausdauer ist gleich am Arsch wow der hat den Schlag auch ne das war der ist nicht was jetzt aber what the fuck da ist schon wieder ein Alligator unterwegs der will mich bestimmt wieder er hat mich schon bestimmt gerochen 100%ig ey er ist auf dem Weg zu mir ich weiß das aber da ist auch schon wieder einer okay da vorne sehe ich schon die Brücke die kaputte Brücke okay da ist nichts hinter mir wir brauchen nur ein wenig Eisen da vorne sind schon wieder ein paar gehen wir lieber ans andere Ufer mal sehen ob wir da weiter kommen das wäre natürlich ganz cool was richtig krass wäre wenn wir jetzt ähm Eisen finden eine Fuche Eisen das reicht aus erstmal mal sehen ok ich sollte nicht mein äh meine Ausdauer so belasten mal sehen jetzt gleich los geht mit dem Kampf oh ich finde ich das ja 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 ne das Krokodil ist auch gut im Wasser ja und hier spawnen einfach mal so 10.000 solche Teile da ja ok es hat mich schon gerochen nein dir ist es aus dem Arsch gekrochen oh da ist noch ein Krokodil das klemmt fest nein du siehst mich nicht guck mal da anstatt der Krokodil auf diese kleinen Jungtiere geht da geht er nicht ne er will das nicht weg ich will dich auch nicht zurück boah ist das herrlich hier Wasserfall aber wieso ist hier kein Eisen schön im Wasserfall drinnen Schwebepflanzen hier boah es ist immer noch hinter mir her nein Hilfe so viel Gefahr trompfen die da gehen die auf das Krokodil jetzt ja genau das Krokodil hat sich verbunden mit den Ureinwohnern alles klar läuft bei euch ja genau und das Krokodil frisst die nicht auf ich glaube ich zackt hier geh weg oh ja boah oh das Krokodil kommt auch noch als Verbündungs mach dich vom Acker mein Freund ey hier kommst du eh nicht auf jetzt wär das ne gute Gelegenheit mit dem Bogen raufzuschießen oh es hat Gehirn ey wieso geht das jetzt noch da hm komisch 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 aber ok hast du was? ne hast du natürlich nicht ich wollte ihn nicht töten aber du hast mir keine andere Wahl gelassen so wo hängen wir jetzt hier ab eigentlich ja das sieht gar nicht mal so schlecht aus ok ok obwohl ich bedenke dass wir nicht hier oben lang kommen oder? kommen wir hier oben hoch überhaupt? ne kommen wir jetzt nicht grad aber gleich 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 so ah diese Stelle kenn ich irgendwo her vom ersten Mal spielen jehooo wahrscheinlich komm Piste hier boah zwei Stück gleich oh mein Gott komm her und da spawnt die nächste vor meinen Augen ich glaube ich geht doch nicht hier ist mal Schluss mit lustig ach ach ich muss leben ich hab kein Leben mehr und da vorne ist wieder eine aber die sieht mich noch nicht eher gesagt sie riecht mich noch nicht das ist natürlich ganz gut gut für uns und da vorne ist wieder ein Stamm Alter wie viele Stämme leben hier überhaupt ey das Fleisch ich brauche das nicht weil das nimmt so sehr viel Gewicht in Anspruch deswegen tun wir oh wir haben unser Leder mit ok aber wir brauchen wichtiges Eisen ey sonst schmeißen wir das Leder noch weg deshalb kein Problem ja jetzt kommen wir zwei Stück dazu komm her komm her so noch einer komm her noch was wo kommt ihr alle her ja vier Stück ey vier 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 Hyänen auf einmal jetzt noch eine fünfte auf einen Fleck gleich Tote ey leck mich jetzt muss ich erstmal was essen und so mal das ist so unnormal jetzt ein paar Eier geht das Leben auf jeden Fall schneller hoch Alter fünf Stück ey holy moly ey das sieht auf jeden Fall auch geil aus ich will auf jeden Fall jetzt nochmal hier okay Soundpack hier ein bisschen Eisen bitte ich brauche nur Eisen ein Spot Eisen bitte ja da sind wieder Hyänen Alter ich glaube ey das ist doch zu kotzen spring doch da hoch ja jetzt hast du das Leben abgezogen ok ja wir können hier oben einmal gucken ob da was gibt da gibt es glaube ich auch kein Eisen da ist schon wieder so eine Nelfensäge und ein paar davon ey was zum ok ist ein Soundpack ok alles genau geht aus spät müssen wir kurz reparieren zack fertig aber ich will nicht da lang da gibt es bestimmt nix aber können wir ausprobieren so noch jemand ohne Fahrkarte so noch jemand ohne Fahrkarte probieren ok da ist noch ein großer Stamm ja wir müssen auf jeden Fall da in die Nähe des Gebäudes da ist das Eisen ey da war jemand aber das ist schon wieder eine Hyäne ich glaub's nicht ey komm ziehleine warte dieser Soundpack noch ne können wir sehen ob wir da irgendwie ok ok ich hab keine Ausdauern mehr die muss auf jeden Fall nachgeladen werden das war so klar wieder Aber zum Glück noch keine Spinnen. Ja, das wird schon wieder dunkel. Oh mein Gott, sind da viele. Ja genau jetzt gleich zwei. Kommt her. Ja noch ein dritter hier. Ja, das war's. Das war's. Das ist so dumm. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Was? Schnauze. Ey, das ist so eine Kacke. So, zack. Jetzt sind wir wieder. Wow, mein Haus lädt richtig scheiße. Jetzt. Oh Mann, zu viele Tiere echt. Ey, das ist doch zum Kotzen. Und das habe ich halt gemeint. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen, aber wir kommen da einfach nicht hin. Der Eisenspot ist hier irgendwo hier so. Und wir waren jetzt hier so. Noch ein Stückchen weiter. Aber so viele Hyänen, ey, das ist echt unnormal. Das macht keinen Spaß, so. Aber wir probieren's weiter. Oder ich probiere's weiter. Ich muss irgendwie Eisen finden. Ja, wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.